mali hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren let's play video und zwar ist natürlich cyberpunk 2077 unter porsche holy shit also der glänzt auf jeden fall natürlich weil der rtx modus glaube ich automatisch eingeschaltet ich bin mir nicht was wir testen können was ich auch testen werde ich einstellungen ich meine ich spiele spiel grafik video im performance modus und hier steht wenn ich das in weight racing einstelle dann klar 4k und 30 fps und natürlichen rtx modus ich bin gespannt ja wie gesagt das kann man nicht das kann man nicht spielen 4k und 30 fps das kannst vergessen natürlich müssen wir ruk anrufen denn johnny möchte doch ein date mit dir haben gucken was sie dazu sagt wie johnny will mit ihr ausgehen was hältst du davon fragt mich dass johnny oder du hast doch gesagt du kannst uns gut auseinander halten okay und wohin wollen wir wohin willst du denn silverpixel cloud in north oak okay ich komme zum afterlife und hol dich ab natürlich im rtx modus und wie gesagt ich bin gespannt wie die grafik ist wie gesagt 30 fps 4k und 30 fps ich komme mir das erstmal an und ja wie gesagt ich bin im borsche drin und teile gebe ich nicht mehr her ich bin froh dass ich die entscheidung getroffen habe dass ich diesen anfangen naja das ist einfach holy shit aber klar jetzt so im nachhinein wenn ich das so sehe klar wie gesagt ich komme mir das mal so nach ich komme mir das jetzt erstmal so an naja wie das bei euch so ankommen und dann aber ich spiele das ja die ganze zeit in welcher auflösung spiele ich das ganze in performance modus müsste auch glaube ich 4k sein 60 fps so da bin ich wieder nachdem jetzt meine konsole also nicht meine konsole nachdem das wieder eingefroren ist habe ich das jetzt raus gesteckt ich glaube ich weiß wer der übeltäter ist und das ist meine kamera gut dass ich noch eine andere habe dann weiß ich bescheid dass es sich die andere nur benutzen kann indem ich dann unboxing videos oder so drehe naja ist egal ich musste etwas ändern auf jeden fall brauche ich auch ein neues case für mein pc ich glaube mein karte hört ja auch naja ist egal was ich sagen wollte im ganze zeit im modus welchen modus habe ich im ganze gespielt hier steht es doch meine ich doch im performance modus sorgst für flüssige flüssiges gameplay bei 60 fps natürlich ne also 4k 60 fps und bei dem modus rtx oder waytracing ermöglicht es vor photorealistisches rendering von schatten so wie ein gameplay bei 30 fps mit 4k also ne es blinkt blinkt es machen das bling bling und ich würde mir jetzt einfach diese folge würde ich das so aufnehmen im 4k modus also mit 30 fps und rtx ne ich bin gespannt so die konsole schafft das ja locker wie sagt das ja die xbox series x ist klar sind das ja nur 30 fps aber naja man kann es einmal durchgehen lassen und ich finde jetzt irgendwie ich weiß nicht klar bei 60 fps läuft das spiel nüßiger aber kommen wir das einfach hier ausschaut holy shit ne also ich mein das hier alles ausschaut die 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 schatten also sowieso die schatten ne oder halt die umgebung hier wie das alles so am leuchten das ist einfach so krass oh hier kommen wir nicht durch oder doch ich hab nichts gemacht wollte einmal nur durch meine güte aber wie gesagt die ganzen effekte ja das ist einfach nur krass ich glaube wir sind falsch gefahren ja sind wir in der tat zack wir haben wie gesagt da wir den porsche fahren fahren ich glaube von der lautstärke müsste es eigentlich passen ich glaube schon ich weiß nicht was meine karte da macht das ganze am randalieren ja es liegt daran weil ich den karton hingelegt habe und er geht ja gerne oder liegt gerne im karton aber was ich vergessen habe ich wollte noch zum wipperdoc ja das mache ich glaube ich auf ja wenn ich das das muss ich nicht aufnehmen wie ich zum wipperdoc gehe ja ich glaube ja nicht aber ich weiß nicht also läuft das spiel viel flüssiger im rtx modus im raytracing modus oder bin ich irgendwie blind ich weiß nicht können wir nicht hier runter doch nein ich will kein stress perfekt hier kommen wir nicht rein doch klar kommen wir rein einmal night city höchsten stufe so höchste stufe ja mein kart ist ganz am rande leeren meine güte so ich hoffe man hört das nicht also einmal night city einen schönen bling bling sehen hey rogue bereit? ah du schon wieder wollen wir? wo ist johnny? doch ein rückzieher gemacht du siehst wow ist das johnny's wow oder deins? was? wann kommt er? er kommt später dazu du hältst dir dann der kurzen Leine weise für dein alter ist das johnny's pauschel? ha 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 woher hast du den? der war in dem container von mhm okay viele erinnerungen in diesem ort so fahren wir ja fahren wir da bin ich wieder ich wusste grad warte ist Silverpixel Cloud dein Lieblingsort? früher mal war aber ewig nicht da Drive-ins sind schon ewig nicht mehr im Tram aber Silverpixel gibt's immer noch klingt nach nem guten Ort für ein Date fand ich auch deshalb wollte ich mit johnny herkommen vor einer halben Ewigkeit das war nicht seine Idee? als ob romantisch war für ihn Arasakas Hauptquartier hochzujagen ich muss grad nen Cut machen ähm wie sagt dann mein Cut der ganze Zeit hier rumrandaliert he ok wie? sag mir was los ist im Ernst was meinst du? johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken also was will er diesmal? er hat sich verändert er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen kein Haken keine Sprüche kein Ballast na gut ja Night City wie gesagt 4k 30fps und im RTX Modus also ich ich auch ob der RTX Modus ist ist nämlich ein scheißegal ich nenne es einfach jetzt RTX Modus ein selbstloser Johnny Silverhand schaut schon geil aus ob ich jetzt das Rest des Spiels so durchspielen werde weiß ich nicht also entweder bin ich blind auf beiden Augen oder ich bin einfach blöd also klar läuft es auf 60fps flüssiger ne aber ich finde auf 30fps läuft das Cyberpunk viel viel flüssiger als auf er stand auf 60fps also finde ich jetzt also es ist schon doch ein Unterschied ne oder wie gesagt irgendwas ich weiß nicht also ich wie gesagt finde es auf im Rare Tracing Modus läuft das viel viel besser als der im Performance Modus was eigentlich nicht sein darf ne oder sein kann vielleicht liegt es auch einfach daran weil es einfach nur geiler ausschaut also man sieht schon den Unterschied das sieht man auf jeden Fall vielleicht liegt es auch daran weil ich aber den Porsche habe ne und wie gesagt im Rest des Spiels werde ich nur mit dem Porsche rumfahren ah wie gesagt das ist schon ne geile Karre das ist schon ne geile Karre so und hier sind wir schon oh Autikino fuck ich glaub's ja nicht ist wirklich lange her die haben das Ding echt zugemacht wie versuch reinzukommen das wird uns nicht aufhalten ihr kriegt euer Date na gut dann los ich guck zu das wird uns nicht aufhalten ihr kriegt euer Date na gut dann los ok dann mal los klar wie gesagt wenn man sich so hier dreht dann merkt man das auf jeden Fall dass das auf 60 FPS viel viel flüssiger läuft aber wenn ich im Auto bin oder das klar ich weiß nicht also wenn ich auf dem Motorrad sitze und Auto kann man ja nicht eigentlich also kann man eigentlich nicht vergleichen ne aber Auto ok das Passwort hab ich ok welches Passwort denn ach 0 0 0 also wie gesagt auf ach ist ja egal ist ja egal ob es erscheint Spaß und das hab ich auch 4 mal die 0 geil sehr gut naja kann man sich auch merken ne opala ach lo das müssen wir auch so eingeben oh die Doppel die Null hat Doppel Null ach ne das ist ok ja gesperrt hä und gesperrt 1 2 3 4 ok bring den Projektor in Gang ich besorge uns gute Plätze alles klar ok ich glaub der Projektor ist bestimmt ja dort oben ok sehen wir uns den Projektor an ja immer mit der Ruhe Johnny ja immer mit der Ruhe wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um hier kommen wir nicht hoch aber dort liegt er dort liegt irgendetwas hier damit hier damit ach guck mal hier damit ok ok dann wollen wir mal hier das zum Blühen bringen also eher einschalten ok hm weißt du wie man den wieder zum Laufen bringt hm Bushido 10 Fade to black muss heute ein Klassiker sein hm ok muss es heute wohl ne ok ok gleich sehen wir es sieh mal zuletzt gespielt Bushido 10 perfekt perfekt das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus wie wir sind dann im Drive-In der Film interessiert hier absolut kein ich will nur Hintergrund rauschen bisschen Blut, Titten und Gemetzel mehr nicht dann wird Bushido liefern ok warte bevor es weiter geht mich interessiert kurz Interface Treffbedrohung Minimap Gesundheit PC Name warte 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 Hinweis Aktion Fadenkreuz Grafik Gameplay Ziel 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 Dialoge Fotomodus Steuerung Sound Steuerung wir könnten eigentlich theoretisch hier ein bisschen ein bisschen hochstelle auf 20 die auch ja ich weiß nicht ob das das so in ordnung ist ich denke mal schon fit person ja sind brauche also das sind ja kaum ich übernehmen jetzt ja jetzt ist jetzt das ist ja richtig schnell jetzt ich wollte gucken ob es einen censur modus gibt zeit für nacktheit aber naja gut ist es auch egal ich halte es in meine fresse und viel spaß beim date johnny silverhand hattest du dir den abend so vorgestellt ich wusste immer die dinge müssten sich ändern damit wir endlich ins kino dachte nur nicht sie müssten sich so sehr ändern tun wir so als wäre es 2015 ja alles ist neu und ich weiß noch nicht was für ein arsch du bist klar ich hab dich übrigens hergeschleppt damit wir füllen können wäre rein technisch möglich weißt du okay es ist 20 15 wenn du noch mal anfangen könntest was würdest du anders machen ich würde alles tun um dich nicht zu verlieren ich habe viel nachgedacht während du weg warst was wäre denn ich habe das gefühl du verschweigst mir was johnny ich verschweige dir eine ganze menge aber wir haben nur diese nacht die ist mehr als ich mir erträumt hätte ich habe nicht viel zeit und dieser körper ist nur geborgt aber ich bin hier wir sind nicht mehr als dass wir miniere Untertitelung. BR 2018 Johnny, ich kann nicht. Es wäre nicht fair. Du meinst, wie gegenüber? Nein, dir gegenüber. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch DIE Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahr alleine zurück. Rogue! Fuck! Rogue ist weg. Ja. Lief wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sag mir nicht warum. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson, wie komisch das alles war? Komisch, würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erst mal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein. Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, wir haben eine Trophäe erhalten. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Also wirklich. Aber wir haben eine neue Mission erhalten. Holding on. Triff schon hier am Nord Oak Shield. Und das machen wir auch. Oh, ach du Scheiße. Das ist ja nicht mal unser Auto. Was ist das für ein Schrottauto? Na ja. Was ist denn hier? Was das schön ist? Ach, guck mal. Guckt euch das mal an. Ja, ja. Okay. Das nächste Poster. Kann man dazu sagen, ne? Gut, ich fand jetzt, also jetzt, klar. In diesem Segment fand ich jetzt den RTX-Modus gar nicht mal so schlecht. Also, ich find im Gegenteil. Ich fand den perfekt, also, besser als es nicht sein kann. Und, ähm. Ja, bevor wir aber dorthin fahren. Kommen wir, äh, beim Dings aus. Beim Whipperdog. Ich glaub der Whipperdog ist, ah, nein. Ich würd das, wie gesagt, privat machen, der Whipperdog. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist der? Fuck, wo war denn der nochmal? Äh, ich hab's total vergessen. Wir haben noch die Legende, oder? Die Legende. Mission Dynamisch. Mission Service Points. Ah. Service Points. Perfekt. Und, wie gesagt, angepasst. Ach, wir haben das Ganze auf Mission gestellt. Lul. Naja, wie gesagt. Ach, hier, guck mal, hier ist ein Whipperdog. Ist das der einzigste, oder gibt's hier noch einen näheren? Jean-Claude. Nachkampfwaffenverkäufer. Essen. Essen, 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 essen. Netrunner. Der Whipperdog ist wirklich da oben der einzigste. Genau. Gut, wie gesagt, ich würde erstmal den Whipperdog angehen. Wie gesagt, möchte ich kann was kaufen. Und, dann nach, werdet, ja, hoffe ich, sehen wir uns. Hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder von Cyberpunk 2077. Euer Bastis raus. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast, dass du eingeschaltet hast. Und, wie gesagt, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder einschalten werdet. Ach nein, ich will auch den Porsche haben. Äh, ja. Wie gesagt. Ich gehe jetzt hier runter. Ich steige den Porsche ein. Und, zack. Wie gesagt, ich würde sagen, bis dahin. Na gut, euer Bastis raus. Wir sehen uns dann bei der nächsten Mission wieder hier auf meinem Kanal. Und, ja, ich habe alles gesagt. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Hier auf meinem Kanal.